Seid ehrlich, ihr dachtet die Deutschen sind zu spießig für Too Hot To Handle? Falsch! Wir haben den deutschsprachigen Single-Markt auf links gedreht und die hottesten Exemplare überhaupt gefunden. Und sie wollen alle nur das eine. Sex. Aber hier kommt die Überraschung. Denn die Meisterin dieser Show ist... Lana. Welcome to your nightmare. Berühmt für ihr gefürchtetes Sexverbot. Kein Küssen. Kein Petting. Keine Selbstbefriedigung. Und ich wünsche mir mal richtig masturbieren zu können. Und ganz sicher kein Sex. Aber Sex macht glücklich. Natürlich gibt es für diese Quälerei auch ein fettes Preis Geld. 200.000 Euro. Allerdings wird das bei jedem ihrer Regelverstöße. Kleiner... Und kleiner... Und kleiner... Und kleiner... Was? Sorry, Mama. Kann diesen sexhungrigen Singles geholfen werden? Mit diesen Gefühlen da drinnen, das ist nicht so ganz meine Welt. Jetzt habe ich gerade Schmetterlinge im Bauch. Schaffen sie es in Lanas sexfreier Welt über sich hinauszuwachsen? Oder sind sie... Two... I wanna twerk on Kevin's... Hot. Oh, okay. Two... Die Mist sucks. Handle. Komm schon. Ich hab sogar noch nicht gekommen.